Als erstes bin ich sehr stolz, dass wir 1 gegangen sind mit dem Album, mit meinem allerersten Album Boss Bitch. Hoffentlich kommt bald die zweite Nummer 1. Danach kam der Bravo Otto, der ist auch todesschwer, ausverkaufte Boss Bitch Tour und natürlich Bestseller Otto mit der Bitch Bibel. Ja, das ist das, auf was ich stolz bin im Jahr 2020. Ich liebe euch und ich bin sehr happy. Das wäre wohl so schön, wenn ich nicht in Chesien bin. Ich kann sprechen und sprechen, dass ich ein schönes Mädchen bin und ein schönes Mädchen bin. Vielen Dank.